Hallihallo Hallöle, es ist einiges geplant und deswegen Film ab. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und es ist wirklich einiges geplant. Zuallererst ist heute Abgabe für eure Community Event Projekte. Vergesst das nicht, gebt die heute auf jeden Fall ab. Aber ich habe noch eine gute Nachricht für euch. Ihr habt nochmal eine Woche Zeit, noch ein bisschen dran zu arbeiten. Gebt sie heute ab, arbeitet noch eine Woche dran und nächsten Freitag könnt ihr gut und gerne ein Update einreichen, wenn ihr das wollt. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch an mich oder Speedy. Auf jeden Fall, wie gesagt, heute Abgabe. Gebt die Projekte ab an mich und an Speedy und lest euch auf jeden Fall nochmal die Regeln durch. Die sind in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinkt. Genau, das Community Event startet nächste Woche Freitag am 14.07. Seid live dabei, Abend wahrscheinlich 20, 21 Uhr rum. Mal gucken. Gut, nächstes Thema. Ähm, wir müssen durchflitzen. Ich möchte ein bisschen was mit euch zocken mal wieder. Ja, wir wollen wieder ein bisschen was gemeinsam zocken. Und ich habe zum Beispiel Bock auf Valorant und wahrscheinlich auch Counter-Strike. Mal gucken. Ähm, Fall Guys auf jeden Fall. Und natürlich Among Us. Das hat auch immer mega Spaß gemacht mit euch zusammen. Ähm, und vielleicht finden wir ein paar Leute noch fürs Super Smash Bros. Wenn ihr Bock habt, ähm, wäre mega cool. Und natürlich, ähm, unser endloses Projekt Minecraft. Schreibt einfach in die Kommentare, auf welche Games ihr so Bock habt, wo ihr mitmachen würdet. Ähm, und ja, wo ihr, ähm, vielleicht auch nur zuschauen wollen würdet oder so. Schreibt einfach, worauf ihr Bock habt. Ähm, wir spielen vielleicht nicht alles. Mal gucken, je nachdem, wie wir Zeit haben. Ähm, wie gesagt, Valorant, Ball Guys, Among Us, Super Smash Bros und Minecraft. Schreibt einfach in die Kommentare, äh, in die Kommentare, in die Kommentare, sorry. Schreibt einfach in die Kommentare, worauf ihr Bock habt, wo ihr wahrscheinlich dabei wärt, wenn ihr denn Zeit habt. Genau. Dann kommt am 31. August One Piece Live Action. Da habe ich Bock, eine Watch-Party mit euch zusammen zu machen in meinem Discord. Ihr braucht dazu nur Discord, Netflix, mehr braucht ihr nicht. Und dann können wir zusammen, ähm, die Live-Action-Serie gucken. Da hätte ich mega Bock drauf, am 31. August startet die. Das ist, glaube ich, ein Donnerstag. Würde ich dann direkt Donnerstagabend mit euch anfangen, die erste Folge gucken. Hätte ich mega Bock drauf, ähm, vielleicht gucken wir auch zwei Folgen. Mal gucken, ähm, wie es zeitlich einfach passt. Hätte ich Bock drauf, das mit euch zusammen zu machen. Donnerstag ist, glaube ich, Donnerstag, oder? Ich kann nochmal nachgucken. Ja, Donnerstag, genau. Alles richtig im Kopf. Ähm, genau. Donnerstag, 31. August würde ich mit euch zusammen die erste und vielleicht auch die zweite One Piece-Folge auf Netflix gucken. Hätte ich mega Bock. Wenn ihr dabei sein wollt, ähm, meldet euch einfach bei mir oder schreibt es hier in die Kommentare oder so. Dann weiß ich, wer alles Bock hat. Ähm, wäre ich auf jeden Fall voll begeistert. Und es geht natürlich noch weiter und weiter. Wir haben natürlich noch ganz andere, ähm, Dinge, die wir noch tun wollen. Und zwar der German Indie Showcase 2023. Ich werde wieder eure Langzeitprojekte vorstellen auf meinem YouTube-Kanal. Das werde ich im September machen. Genaues Datum habe ich da leider noch nicht. Und genaue Infos gibt es in diesem Video nicht. Das folgt wahrscheinlich übernächste Woche. Übernächste Woche gibt es wahrscheinlich da nochmal ein Video zu, was, ähm, ihr da alles einreichen müsst. Was ihr da, ähm, machen müsst, etc. pp. Und was es auch zu gewinnen gibt. Es gibt natürlich wieder Gewinnspiele. Yay! Ähm, also es wird auch wieder was verlost. Ähm, German Indie Showcase wird mega geil. Ähm, werde ich eure Projekte angucken. Waren beim letzten Mal richtig coole Projekte dabei. Habe ich auf jeden Fall Bock. Und das ist natürlich immer noch nicht alles. Es war jetzt einiges, aber es ist immer noch nicht alles. Es kommen natürlich auch noch Tutorials, 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 Tutorials zu, ähm, RPG Maker. MZ, MV, RPG Maker Unite eventuell. Mal gucken, was so die Patches sagen. Bis jetzt, äh, mag ich den noch nicht so. Ähm, aber mal schauen. Vielleicht wird er noch gesund gepatcht. Das wird auf jeden Fall auch kommen. Früher oder später werde ich RPG Maker Unite Tutorials machen. Und wahrscheinlich auch wieder AI Tutorials. Ich habe mega Bock, wieder AI Tutorials zu machen. AI Art. Ähm, müsst ihr ja nicht alles angucken. Was euch nicht interessiert, lasst ihr einfach links liegen. Und was euch interessiert, da seid ihr einfach dabei. Und danke fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann die nächsten Wochen bei den Events, den Tutorials und dem gemeinsamen Zocken und One Piece gucken. Das wird mega geil. Ich bin happy und reingehauen. Reingehauen. Tschaui.